Wir von Greenpeace lieben Wachstum. Wachsende Wälder, Korallenriffe, wachsender Mut und Zusammenhalt, wachsende Felder und Gletscher. Mais, à vous qui nous gouvernez, tout ce qui croit n'est pas forcément positif. Le monde fait face simultanément à plusieurs crises d'ampleur inégalées. Was heute als Wohlstand verkauft wird, basiert auf der Ausbeutung von Menschen und Ökosystemen. Wir leben in einem System, das abhängig von endlosem Wirtschaftswachstum ist. Mais sur notre planète fini, une croissance infinie n'est pas possible. Au contraire, votre recherche incessante de croissance économique est responsable de la crise climatique. Sie hat das Artensterben mitverursacht. Sie ist der Grund für die Abholzung der Regenwälder, für Vertreibung und Hungersnöte und die Verschmutzung der Meere. Und an diesen gigantischen Umweltschäden sterben bereits jetzt Millionen Menschen, Jahr für Jahr. Une croissance économique infinie détruit toujours plus les fondements de la vie sur notre planète, y compris pour les êtres humains. Cette croissance ne peut pas être durable. Deshalb fordern wir Life over Growth. Heute muss unsere Wirtschaft wachsen, ganz egal ob es den Menschen oder den Planeten schadet. Wir wollen eine Wirtschaft, die dafür da ist, dass es den Menschen und den Planeten gut geht, ganz egal ob sie dabei wächst oder nicht. Es ist Zeit, um unsere Systeme zurückzuführen und neue Straßen zu erinnern. Mein Name ist Simon Beck und ich arbeite an Virgin Snowfields. Der Welt ist voll von guten Dinge wertschuldigen für. Strong, healthy Gemeinschaft und Ecosystems. Freie Zeit, um die Schönheit zu machen, um zu machen, um zu machen, um zu machen, um zu bauen, um zu bauen. Safety und Stabilität für alle, nun und in der Zukunft. Aber unsere Wirtschaft ist über die Planeten-Limit. Und wir können eine hohe Zukunft außerhalb der Planeten-Limit. Das ist deshalb, dass ich mit Greenpeace-Aktivisten gehört habe, um das wichtigste Wissen zu geben, um das wichtigste Wissen zu geben. Das ist wichtigste Wissen. Das Wissen ist wie eine Maschine. Wir sind nicht hier, um es zu tun. Es ist es, um uns zu tun. Wenn wir das richtig machen können, können wir das Leben für Menschen und alle anderen Spezies, die wir mit dem Planeten-Limitieren. Das ist nicht fantastisch? All you have to do is forget about growth and focus on what truly matters. An economy and a society that serves life, not itself. One that harvests well-being. One that prioritizes life over growth. Ich bin Agnes Jetzler, Greenpeace-Expertin für Change. Die Zeit ist reif für echten Wohlstand. Für eine Gesellschaft, die nicht auf endloses Wachstum setzt, sondern unsere Lebensgrundlage stärkt und für alle ein gutes Leben ermöglicht. Der Weg dahin? Wir messen die Gesundheit unserer Wirtschaft nicht mehr daran, wie groß sie ist, sondern daran, wie gut sie uns und unserem Zuhause tut. Wir konsolidieren das, was wir wirklich brauchen haben und wir beide entscheiden. Gute Gesundheitsversorgung, genug Arbeit und viel Erholung, bezahlbare Wohnungen, fruchtbare Böden, gesunde Meere und Wälder und genug Zeit für einander. Wir machen die Bereiche, die gut für uns sind, unsere Gemeinschaft und unser Foyer. Und wir lassen von uns, was sie nicht sind. Wir müssen die Institutionen, die nicht nur die Entwicklung der Ökonomie haben. Denn unendliches Wirtschaftswachstum ist das Problem und nicht die Lösung. Wir pressen, was wirklich wichtig ist. La vie, nicht der profit. Die Entwicklung der Ökonomie ist der Vergangenheit. Ab jetzt geht's um das wahre Leben. Désormais, Platz à la vraie vie. Hückel und Rastomatik Hückel und Rastomatik Gute nach. Vielen Dank.